Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Star Wars Battlefront auf meinem Kanal. Wir spielen den Spielmodus Abwurfzone auf Solost. So und damit geht es jetzt auch schon los. Da hinten ist der erste Podcast, den wir gerade aktiviert haben. Schon mal ein guter Start. Vielleicht ist es wieder einer. Na ok, da oben ist es alles. Feindliche Einheiten im Anmarsch! Nein, es ist Reloaded! Ja, die läuft. Die sind ja schlafen. Nein! Oh, so ein Deck. Egal. Tapslaubert, nice. Dann schauen wir, ob die nächste runterkommt. Wir empfangen das Signal einer weiteren Rettungskapsel. Sichert das Gebiet und die Kapsel. Wenn wir nicht schnell etwas unternehmen, fällt diese Rettungskapsel dem Imperium in die Hände. Okay, jetzt wenigstens jetzt tot. Also noch 100 Meter. Und dann sind die da. Wende seiner. Heute ist die Rettungskapsel in der Hände der Allianz. Wo ist die? Wo ist die? Geil! Die hat getroffen, die Granate. So, da oben kommt gleich einer. Da. Kapseler oberen. Wir kennen die Position einer weiteren Kapseln. Ich werde... Inferiale Truppen übernehmen die Rettungskapsel. Wir müssen sie stoppen. Oh. Der hat auch nicht mehr viel Leben. Okay, dann kriege ich meine Schabe. Wir werden in den Eisungskapseln. In den Schwebepseln. In den Schwebepseln. Okay, der ist fast down. Ich schreck ihn mal. Wir nehmen die Rettungskapseln in Besitz. Ich hab's noch nicht mehr. Der Feind ist in der Übersaal. Ich hab's noch liebste hören. Okay, gerade hier, beim Spielmodus Dropstone ist das Jump Tag eigentlich ziemlich von Vorteil, damit man schnell zu der Kapsel kommt. Das ist gut, die gehört auch uns. Wir sind drei von fünf. Macht euch kampfbereit. Wir können jetzt die Position einer weiteren Rettungskapseln. Und schlägt glücklich zu ihr vor. Oh, das hab ich schlecht gemacht. Wenn wir nicht schnell etwas unternehmen, fällt diese Rettungskapsel dem Imperium in die Hände. So, wird auch down. Das war knapp. Fast hätte ich ihn noch gehabt. Fast hätte ich ihn noch gehabt. So. So. Rettungskapsel geortet. Rücken zu ihr vor. Und sicher ziehen. Nicht mehr lang. Dann ist diese Rettungskapsel in der Hand. Das ist ein Richtig. Okay. Wenigstens ein Kill gemacht. Ich war kurz, wie's mein Jump Tag aufgeladen hat. Ich war kurz, wie's mein Jump Tag aufgeladen hat. res'reD Wohohoho wohoho! Die waren nice. Die war nice. Deswegen kann man alles sein, aber die Granaten waren nice. Bald haben wir die Rettungskapsel unter Kontrolle. oh die rebellion hat gesiegt so und damit ist die Folge auch schon vorbei war heute etwas kürzer dafür sind es heute wahrscheinlich noch eine wahrscheinlich das ist noch nicht sicher aber es könnte sein egal wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da und wenn nicht einen Daumen nach unten und wir sehen uns beim nächsten mal wenn es wieder heißt Let's Play Star Wars Battlefront auf meinem Channel bis dahin Tschüss